Kapitel 7 Sie sind da draußen. Sie warten auf uns. Nathan R. Gunn. Logbuch der Dragonfire. X und sonst nix, ja? Komm, Elena, gib es schon zu, das war deine Idee. Niemals, ich schwöre. Ich glaub dir kein Wort, Lynn. Kyle grinste von einem Ohr zum anderen. Elenas Verhaltenes kichern drang leise durch die Kommunikationsverbindung und verstärkte noch die aufgeregte Hochstimmung, die Kyle ohnehin schon befallen hatte. Er mochte Elena wahnsinnig gerne, und ihre Fähigkeit, sich zu begeistern und mit ganzem Herzen ihren Aufgaben zu widmen, war mitreißend. Sie teilten sehr viele Gemeinsamkeiten, nicht zuletzt den ausgelassenen Sinn für Humor. Obwohl Kyle natürlich nicht umhinkam, zuzugeben, dass Elena um ein gerütteltes Maß organisierter als er war. Er kannte sie nun schon, seit sie noch kaum mehr als ein schlachsiger Teenager gewesen war, gerade eben erst den Mädchenjahren entwachsen. Seither waren nun auch schon wieder beinahe neun Jahre verstrichen. Sie hatten sich seinerzeit eine Weile aus den Augen verloren, nur um sich dann, nach einer Neueinteilung, als zweier Team auf einem Planetenwachschiff überrascht wieder zu begegnen. Sie hatten gemeinsam vier Jahre lang nebeneinander den Dienst im Cockpit verrichtet, dabei mehr miteinander erlebt und durchgemacht als andere in ihrem gesamten Leben. Kyle erinnerte sich nur zu gerne an diese Zeit, und ein melancholischer, schwermütiger Teil seines Verstandes sehnte sich danach zurück. T-15 Minuten unterbrach die Stimme des Mission Computers die Stille, die nach Kiles letzten Worten eingetreten war. Der leichte Druckanzug, den Kyle trug, würde ihn im Zweifelsfalle auch nicht unbedingt schützen, das wusste er. Aber es war Vorschrift, und der Anzug war angenehm zu tragen. Er saß jetzt bereits seit zwei Stunden im nicht gerade sehr geräumigen Cockpit der X. Kyle erinnerte sich an seine abschließenden Flüge im Simulator, mit denen er die Lizenz für diesen Typ Raumgleiter vor beinahe 15 Jahren erworben hatte. Schwebende Ringe rauf, schwebende Ringe runter, rollen, nicken, kurven hin, kurven her, einschläfernd, beinahe wie Schäfchen zählen. Aber das hier, das war etwas völlig anderes. Die X besaß nicht nur den revolutionären Sprungantrieb, sondern auch einen mächtigen MAM-Antrieb, der sie um ein Vielfaches stärker beschleunigen konnte als ihre zivilen Schwesterschiffe. »Hey, Willy, dein Adrenalin-Level ist gerade ein Stück gestiegen«, rief Elena, wohl wissend, dass der besagte Level jetzt erst recht ansteigen würde. Kyle mochte es gar nicht, Willy genannt zu werden. Ganz besonders nicht auf einem öffentlichen Kanal, auf dem andere diese Anrede vielleicht aufschnappen und es fälschlich für einen liebgemeinten Spitznamen halten mochten. »Oh, das liegt wohl daran, dass ich einen Moment an dich denken musste, Lynn«, erwiderte Kyle, ohne sich etwas anmerken zu lassen. Elena schwieg. Doch Kyle konnte sich ihr Lächeln und die funkelnden Augen lebhaft vorstellen. Kleine Kabeleien und Gespräche wie dieses nährten schon seit Jahren hartnäckig das Gerücht, dass Elena und er ein Verhältnis miteinander hatten. Ein paar Mal wäre es auch tatsächlich beinahe dazu gekommen. Beinahe. Einmal hatten sie miteinander geschlafen, in einer verzweifelten Situation, nach einer Havarie auf einem unzugänglichen Himmelskörper. Nach mehreren Tagen versagte die Schiffsenergie und mit Rettung war keinesfalls zu rechnen. Sie hatten einander zum Festhalten gebraucht und angesichts des sicheren Todes hatte die gegenseitige Anziehungskraft gesiegt. Nachdem man sie wieder erwarten, doch gefunden und gerettet hatte, war nie wieder ein Wort über diese Angelegenheit gefallen. Obwohl sie es manchmal beide ein wenig bedauerten, die dünne Linie zwischen Freundschaft und Liebschaft niemals wieder überschritten zu haben, waren sie im Grunde genommen froh darüber, es über so viele Jahre lang verstanden zu haben, einfach nur die besten Freunde zu bleiben. Dennoch machten sich sowohl Kyle als auch Elena einen Spaß daraus, gelegentlich den Gerüchten neuen Zunder zu geben. »T minus 10 Minuten«, sagte der Computer und begann die Checkliste vorzulesen. Kyle wusste, dass der Status aller Systeme inklusive seiner Körperfunktionen Mission Control vollständig vorlag. Dennoch überprüfte er die Instrumente manuell und meldete deren Zustand verbal. Bei T minus 5 hatte der MAM-Antrieb die X auf Nominalgeschwindigkeit gebracht. Kyle warf einen kurzen Blick aus dem seitlichen Cockpitfenster und sah die riesige Masse des Generalstabsschiffes, dessen Mittelteil sich langsam und behäbig um die eigene Achse drehte, vor dem Grau des Erdmondes versinken und schnell kleiner werden. Er konnte jetzt auch bereits das Vibrieren spüren, mit dem das Quantensynchrotron Energie vom MAM-Antrieb abzog, um die Singularitätsmaschine aufzuladen. »Alle Systeme normal«, meldete der Bordcomputer verbal und schickte gleichzeitig einen entsprechenden Statusbericht an Mission Control. T minus 4 Minuten. Der Missionscomputer zählte die verbleibende Zeit jetzt im Minutentakt herunter. Das Vibrieren verstärkte sich. Es besaß einen gewissen, unregelmäßigen Charakter, den die Inertia-Dämpfer nicht völlig ausgleichen konnten. Kyle kannte diesen Effekt nur zu gut. Bei T minus 1 Minute zeigten sich erste blaue und weiße Entladungen, die um das Schiff herumwirbelten und trotz guter Abschirmung statische Geräusche in den Helmkopfhörern verursachten. Die Energien, die jetzt um das Schiff tanzten und in genau diesem Moment in der Singularitätsmaschine konzentriert wurden, waren nahezu unvorstellbar. Sollte auch nur ein Teil der magnetischen Abschirmung für eine Pikosekunde versagen, würde die X auf der Stelle zu einer zweiten Sonne werden. Elena würde noch in Milano einen Sonnenbrand davon bekommen. Die Kontrollen zeigten nach wie vor Werte, die weit innerhalb der vorgesehenen Funktionsparameter lagen, als bei minus 30 Sekunden die heiße Phase eingeleitet wurde. Von jetzt an gab es kein Zurück mehr. Der Sprungantrieb würde nun unweigerlich eine Singularität produzieren, das Raum-Zeit-Kontinuum aufreißen und seine unermesslichen Energien entladen. Die Stimmen aus Mission Control, die über die Kommunikationsanlage kamen, klangen stark verzerrt und kaum noch verständlich. Das Vibrieren steigerte sich immer weiter, und Kyle dankte den Göttern, dass sein leichter Druckanzug auch mit einem Kompressionsgewebe ausgestattet war, das sich nun mit Pressluft füllte und seine durchgeschüttelten Gliedmaßen schützte. Die blauen und weißen Entladungen, die um den Raumgleiter herumzuckten, bildeten einen eckigen Ring und tauchten das Cockpit in ein gespenstisches Licht aus tanzenden Schatten und Silhouetten. Die Geräuschkulisse war bei minus 10 Sekunden auf einen tobenden Orkan angeschwollen. Bei minus 9 Sekunden leuchtete auf dem Hauptschaltpult und dem Cockpitfenster ein rotes Warnlicht auf. Erschreckt stieß Kyle einen Fluch aus. Da stimmt was nicht, krächzte eine Stimme durch die statischen Störungen in der Funkanlage, während Kyle gegen die Pressluft in seinem Anzug ankämpfte, die seinen Arm eisern in der jetzigen Position zu halten versuchte. Quantum Flux out of bound. Destination Probability lock lost. Abort Mission. Kyle wusste nur zu genau, was diese Meldung bedeutete. Die nur statistisch zu erfassenden Gesetzmäßigkeiten der Quantenmechanik hatten der mathematischen Wahrscheinlichkeit der Realität einen Streich gespielt. Das Schiff würde irgendwo herauskommen, nur nicht am geplanten Zielort. Es gab keine Möglichkeit mehr, die Singularitätsmaschine abzuschalten. Aber es gab die Option einer Notfallseparation. Im Klartext, er musste den Sprungantrieb absprengen, um sein Leben zu retten. Jetzt. Sofort. Kyle kämpfte mit aller Macht gegen den Anzug, der nun endlich begann, ein wenig nachzugeben. T minus drei Sekunden, schrie der Computer über das tobende Crescendo hinweg. Warum gab Mission Control nicht das Abortsegnal? Kyle hieb auf den roten Notfallschalter. Ein enormer Schlag, der ihm halb das Bewusstsein raubte, traf ihn, als der Antrieb abgesprengt wurde und er nahezu blind vor Schmerzen sah, wie die längliche Röhre der Singularitätsmaschine taumelnd über dem Cockpitfenster erschien, für einen Moment von der Sprengladung so stark beschleunigt, dass sie nach vorne, über das Raumschiff hinweg fiel. Von dem großen Gewicht des Sprungantriebs befreit, machte der Shuttle einen plötzlichen Satz nach vorne auf die abgetrennte Maschine zu, die jetzt von schräg oben mit hoher Geschwindigkeit auf das Cockpit und Kyle zuschoss. Er spürte, dass er aus Leibeskräften schrie, hören konnte er es nicht mehr. Doch sein Schrei wehrte nur kurz, ein ohrenbetäubendes Kreischen, das mit einem blendend weißen Blitz einherging, wurde von einem mörderischen Ruck begleitet, der Kyle William Brennans Bewusstsein augenblicklich in der Schwärze des Nichts verlöschen ließ.